Ja, ganz genau. Also, meine Damen und Herren und die Jungs werden heute rocken und rollen über die Bühne und laden sie gleichzeitig ein, ich habe das vorher schon einmal gesagt, zum Firebirds-Festival zum Dritten. Das wird am nächsten Wochenende in Trebsen stattfinden. Die Rock'n'Roller der Szene. So, der Guido, der ist schon an seiner Schießbude richtig aktiv und macht hier den ersten Soundcheck. Ich halte jetzt mal die Klappe, weil die Jungs, die Jungs machen hier also einen Soundcheck und in wenigen Augenblicken geht es dann schon bald los, halbe Stunde noch bis zum Beginn des Konzerts der Firebirds. Musik Untertitelung des ZDF, 2020